Komm St. Galler! Werner Zünd, das Urgestein vom FC St. Galler, ist zwar in Pension, aber immer noch häufig unterwegs für seinen Verein. Jede Woche gehe ich einmal die Leibchen drücken, die sie verschenken. Wenn sie gewinnen, verschenkt sie ihren Befehl. Wenn sie verlieren, bedienen sie fast mehr. Darum habe ich natürlich eine rechte Arbeit am Dienstag. Was ich auch mache, ist natürlich, wenn man mich wünscht, Stadionführer. Und so bin ich natürlich verbunden mit dem FC. Und zwischendrin vielleicht noch ein Spiel anschauen als Scout. Und da habe ich natürlich den Applaus. So bleibt man natürlich noch bei der Mannschaft. Man bleibt in meinem Klub. Weil das ist mein Hobby. Dann ist der Beruf vor. Und das ist auch wieder mein Hobby, jetzt wo ich pensioniert bin. Und das ist natürlich super, wenn man noch geschätzt wird, dass man die Arbeit macht. Das ist grün-weiss, oder? Einmal grün-weiss, immer grün-weiss. Grün-weiss schlägt sein Herz und sind seine Schuhe. Werner Zünd kann auf die Vorzeuge der Luftküssenschuhe von Kibun nicht mehr verzichten. Es ist einfach eine aufrechte Haltung, die man mit den Schuhen hat. Weil je älter das ist, desto schwieriger wird es, um die elegante Haltung zu behalten. Sondern man geht immer ein bisschen vorne rein. Und mit den Schuhen läuft man wirklich sehr aufrecht. Und das nicht nur im Stadion, wenn der FC St. Gallen gewinnt. Sondern immer, wenn Werner Zünd im Kibun-Schuh unterwegs ist. Ich habe keine Probleme mit dem Rücken. Ich habe auch keine Probleme mit den Füssen an und Füssen, weil sie sehr ring sind. Und ich habe künstlich das Knie. Und dort merke ich es natürlich sehr wenig, dass es wirklich etwas Fremdes in meinem Körper ist. Und darum ist für mich der Kibun-Schuh wirklich der ideale Schuh. Ein Schuh, der einem die Schmerzen nimmt und den Körper fit hält. Egal, ob man ein Fussballer, ein Fan oder ein Funktionär ist. Hupps an die Gala! Javaslija